Night of the Dance ist endlich wieder in Amstetten. Freuen Sie sich auf die schönsten Tanz- und Akrobatik-Szenen im Stil von Riverdance, Lord of the Dance, Stomp, Dirty Dancing und vielen mehr. Für die Vorstellung am 22.03. um 19.30 Uhr in der Johann-Pölz-Halle können Sie jetzt 5x2 Karten gewinnen. Schicken Sie uns eine Mail, warum Sie gewinnen wollen, an office-at-m4-tv.at